Einen verlautschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Griefer Games. Ja, bei mir in der Facecam ist gerade ein bisschen dunkel, Nachtstunde, weil ich das hier ein bisschen später aufnehme. Müssen wir uns Licht von Minecraft hier ein bisschen holen. Ich hoffe, das passt so alles. Heute gibt es mal etwas anderes, denn ich bin ein Stammzuschauer beim Leben SusumoTV. Link dazu unten in der Beschreibung. Der streamt immer auf Twitch. Twitch Minecraft Griefer Games und dort Minigames, wo ich auch gerne mal mitspiele. Und heute habe ich für euch mal ein kleines Nachbau-Event Minigame aufgenommen. Das große dauert ein bis zwei Stunden, deswegen... Ja, und jetzt ist es auch noch nicht vorbereitet. Das werde ich, denke ich mal, auch mal demnächst aufnehmen, damit ihr ein bisschen mal was anderes hier auf dem Kanal seht, was auch schon ziemlich spannend ist. Wenn man sieht, wie knapp da das ein oder andere bebaut ist. Ja, ich würde sagen, wir gleich mal filmen ab. Meine Webcam steht schief, egal. Egal. Ja, und was ich noch sagen wollte. Bei meinem OBS hat irgendwie alles so ein bisschen mit der Spielaufnahme rumgehauen. Deswegen ist meine Hotbar zur Hälfte abgeschnitten. Hier ist... Ich habe, wie ihr seht, schon wieder gefixt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das ist jetzt die letzte Aufnahme, wo man zählt. Ansonsten... Ja, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute. Wir sind bereit, Melli, du kannst Sand wegmachen. Oh, okay. Oha. Oha. Ihr habt euch dieses Plot ausgesucht. Ja, das ist die Vorlage. Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Enderman, du Held. Das ist ein Enderman, du Held. Ihr mobbt mich nicht. Ach, das ist ein Enderman. Hä? Warum weißt du so nicht für ein Enderman aussieht? Warum ich nicht erkannt habe? Weil ich so selten Endermans sehe. Das ist das nämlich. Ne? Deswegen. So, 3, 2, 1. Äh, ist Maragd. Hä? Ah, ich kann mir. Egal. Ah, ist doch ein Enderman. So. Maragd. So, aber es ist... Wenn man bedenkt... Der ist richtig geil genug. Der ist richtig geil genug. Guckt euch das mal. Der ist richtig geil genug. Oh, das geht aus. Was ist das denn da genug? Murlock, einfach hier im... So wie es hier auch im... Im Chat gibt es angezeigt. Wird einfach auf Vorhersagen drücken und für deinen Favoriten voten. Noch 15 Sekunden. Es sind fast 12.000 Kanalpunkte im Pott. Die letzten 5 Sekunden laufen. 4, 3, 2, 1, vorbei. Ihr könnt nicht mehr voten. So, und zwar... 7.850 Kanalpunkte sind auf der Telly gesetzt worden. Gegen 3.822 Kanalpunkte auf Reserve. Orange, grün, gelb, grün, grün. Ob das über Handy geht, weiß ich nicht. Der Telly hat bereits schon begonnen mit dem Bau... Oh, oh. Der Telly hat direkt schon Druck aufgebaut auf den lieben Reserve. Auf dem Titel verteidigt. Er wurde bereits nur ein einziges Mal besiegt, der Telly. Der hier muss ja ein bisschen Druck machen. Geht auch per Andy, sagte der Schwenke. Dann kriegt der Reserve schon ein bisschen Feuer unter dem Hintern. Reserve, lass die Kiste stehen. Jetzt war ich ganz nervös, super. So. Hier kommt Brot hin, darüber kommt weiß, darüber kommt orange, gelb kommt hier hin. Dario, willkommen. Grün. Hier kommt... Ach, scheiße, auch rein damit. Wir haben hier einen kleinen Vorsprung von der Telly. Zollen Kleinheiten. Fängt auch schon an. Geil. Und verschämt halt. Dario, HGW. Zum Hauptgewinn aus deinem Casino. Riechen, jetzt gehe ich hin. Aber die Kamera ist jetzt super eingestellt. Das ist ganz professionelles Kino hier. Was für ein Wunder. Hä? Als wo es gerade schnell ging. Wo ist ein Wunder? Ey, man hat glaube ich auf mich gesetzt. Ihre. Magda hat gerade Schwierigkeiten, auf Rufall jetzt zu kommen. Das Rett Vorsprung hat. Das Teddy Vorsprung hat. Ja, aber ein kleiner Vorsprung, ne? Ich kann mir ja in der Weile schon mal hier erwähnt. Ich kann mir das Filme so ein bisschen ansehen, wie was gebaut werden muss. Ich erfülle sonst alle Voraussetzungen. Okay. Ender Man ist fertig, nur das muss ich schauen. Also nur auf die Bemeligung. Und Reserve legt nach. Leider muss ich die von Stream Heroes bekommen. Weil dann sind die auch für euch verfügbar. Dann könnt ihr auch sammeln. Und so lange könnt ihr da nicht weiter sammeln. Und dann können wir auch keine Kiste vorbereiten. Noch gar nichts. Aktuell. Ah, kann man sich ja mal ein bisschen besser hinsetzen. Lied bei mir gerade im Hintergrund bisschen chaotisch aus, weil ich hier ein bisschen was umgeräumt habe. Ja, und ich habe kein Greenscreen. Ich bin sehr professionell. Ey, der ist früher mit Abbau und fälschlicher Frechheit. Wie viele sollen wir gleich im Labyrinth lassen, Umut? Oh. Wo zitter ich denn immer so? Hat ich da kein Limit, ne? Aber wenn es zu viele sind, ist es auch blöd. Wir können fünf reinlassen, oder? Im Labyrinth, Umut. Sollen wir mehr, die fünf oder fünf? Das ist eigentlich ja keine, äh... Okay, also wir brauchen keine Grenze. Hier beim Nachbarn und haben die so lange Zeit, wie sie die Zeit brauchen, wie einer verletzt. Okay. Wie die erste Faktiv ist. Ah, okay, okay. Das heißt, alle, die sich dann beim Labyrinth eingetragen haben. Oh, okay, natürlich schon mein Bruder, auch welchen Bock haben da. Lassen wir gleich alles aber in drei. Aber es kann nur einer einfach bekommen. Nur der erste. Alle anderen nicht. Noch gar nicht mehr, doch. Ausrufezeichen Labyrinth. Ich kann mal die neue Keywater schon mal hier reinposten. einen, zwei, drei, drei, vier, drei, vier, drei. machen wenn ich gewonnen haben müsst ihr euch alle noch eintragen ich habe gerade außerdem das keyboard geändert nein mein erstes mein erstes mein erstes mein erstes braun und es sieht hier reserve hat jetzt im vorsprung ja beim bauen aber bei den kisten nicht zum vorsprung wird doch gleich mal erst mal mit dem enderman anfangen wird ein zweites mal geschlagen verteidigen ein zweites mal geschlagen ja bauen doch schön falsch fertig noch drei kisten was für ein telly ich bin der telly bär selber ist verdammt schnell ja das stimme ich dir zu nur doch was heißt noch nicht hier er braucht noch drei kisten und der telly bär hat bereits fast alle kisten fertig er hat fast alle kisten das heißt es kann auch sehr viele fehler was sollen das heißt nur das gibt eine anzeige werden hier schon minigames verglichen ja eben wo muss ziemlich frech heute aber der mob mich sonst auch immer das ok habe ich schon daran gewöhnt so jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt wo wir auch wollen also wie gesagt das labyrinth ist ein beta test der eifertest wurde bereits sehr gut aufgenommen jetzt geht's zum beta test 2 er wollte mich verarschen ist das mobbing das ist nichts neues ich habe das mal beobachten lassen ich habe keine zuschauer zahlen ihr müsst bedenken ich habe kein ach ich hält man hat manchmal merken und habe ich was heißt manchmal je nachdem wer im separat online ist habe ich zu 80 prozent mehr zuschauer wie die leute die streamer auch viel vergessen ich habe keinen streamer an beute ich habe immer noch kein streamer an und ich habe mehr zuschauer wie die streamer mit streamer an was läuft was läuft da falsch ich habe mich noch nicht mehr auf einmal nicken grün und da ihr seht ihr jetzt holt der tettelbein mich auf jetzt holt der tettelbein auf hier ist der obere gerade genickt das habe ich gesehen orange weiß rot ja jetzt untertellbein auf wie ihr seht also es könnte nicht eine knappe geschichte werden jetzt hier oben weiß orange nein weiß weiß rot weiß grün und da rot kommt weiß dennoch kommt das wird aber richtig knapp das wird echt knapp leute ein gewiss geblick ha 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 ząd das wird das richtig knapp hier beide sind im zweiten im letzten drittel aber ganz knapp sehr gut heißt nichts weiß nichts und guckt nach ich bin beim tatsächlich jetzt hätte mir wurde wieder geschlagen die letzten zwei blöcke kannst du auch wohl schweizende machen es war richtig knapp alles da richtig knapp reserve hat den titelverteidiger geschlagen ich bin auch gar kein titelverteidiger mehr hgw an reserve die punkte gehen an reserve raus jetzt verjähriger eintragen bitte die pippen den umdrucken nacheinander er signiert sie euch und reserve kriegt noch 5k von mir bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.